Das Bono Arc Karaoke Mikrofon Dieses kabellose Karaoke Mikrofon dient nicht nur als Lautsprecher, sondern auch als Aufnahmegerät und wird somit zu ihrem eigenen portablen Musikstudio. Mit seinen bunten LED-Leuchten bringt es Schwung in jede Party. Das Bluetooth-fähige Gerät ist mit Android und iOS kompatibel und kann auch mit einem Computer oder Laptop verbunden werden. Für diejenigen, die es lieber direkt an ein anderes Gerät anschließen möchten, ist ein Zusatzkabel im Lieferumfang enthalten. Das Mikrofon verfügt über ein dreilagiges Netz, das Hintergrundgeräusche reduziert und somit die Aufnahmequalität verbessert. Der eingebaute Lithium-Akku lässt sich in nur zwei Stunden aufladen und bietet eine beeindruckende Spielzeit von vier bis zehn Stunden. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, eine SD-Karte mit bis zu 32 GB nicht im Lieferumfang enthalten anzuschließen, um MP3-Dateien zu speichern. Dadurch können Sie Ihre Lieblingssongs direkt über das Mikrofon abspielen. Fazit, dieses vielseitige kabellose Karaoke-Mikrofon mit integriertem Lautsprecher und Aufnahmefunktion bietet eine tolle Möglichkeit, unterwegs Karaoke zu singen und Musik zu genießen. Die einfache Verbindungsmöglichkeit mit verschiedenen Geräten und die Option, Musik direkt über eine SD-Karte abzuspielen, machen es zu einem unterhaltsamen Begleiter für Partys und spontane Gesangseinlagen. Die Hintergrundgeräuschreduzierung trägt zur Aufnahmequalität bei und der langlebige Akku ermöglicht ausgiebige Nutzungssessions. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an.